Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Final Fantasy VII Remake Info-Video. Aktuell ist gerade die Gamescom in Köln in Gange. Es gibt leider nicht wirklich viel Neues zum Remake zu berichten, allerdings, und genau deswegen zeige ich euch das Video. Der Trailer wurde nochmals gezeigt, der gerade bekannt ist, schon seit einigen Wochen oder Monaten. Aber, das Besondere, in deutscher Synchronfassung, was ich richtig, richtig geil finde. Also könnt ihr euch mal ein Bild machen, wie die Stimmen so wirken zu den alten einzelnen Charakteren. Dann haut in den Kommentaren gerne eine Diskussion raus, wie ihr die Stimmen findet. Ich finde, die passen eigentlich alle ganz gut, gerade die von Barak finde ich sehr, sehr geil. Ich lasse euch jetzt gleich mit dem Trailer alleine. Lasst einen Daumen hoch für dieses Video, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Aktuelle Infos seid ihr bei mir genau richtig, wenn es was Neues von Final Fantasy, dem Remake, zu berichten gibt. Vielleicht gibt es bald mal eine Demo auf der Playstation-Exklusiv. Da zeige ich euch sicherlich auch das ein oder andere Gameplay-Material. Ja, und 2020 im März ist es ja dann soweit. Und da könnt ihr auf jeden Fall mit mir, mit Let's Plays, auf meinem Kanal rechnen. Das war es von mir. Viel Spaß mit dem Trailer. Haut rein. Ciao. 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 Amen. Dieses Ungezieferte auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, dass er bleibt. Moment. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Hilf mir! Marlene? Bin wieder da! Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist, Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wir schaffen das! Geht schon mal vor! Das Spiel ist auf! Unmöglich. Du bist... Cloud, leih mir deine Kraft. Lauf weg. Flieh. Rette dich. Du sollst mich nicht vergessen.